so ein herzliches hallo hier bei uns bei hafuhai ja mein urlaub ist vorbei ich bin wieder meinem gewohnten setting so ist die soundprobleme kommen wieder und das heißt wir wollen natürlich wie auch das letzte mal schon angekündigt mit euch zusammen monkey island weiterspielen bei mir dabei wie immer der gute impi hallo impi einen wunderschönen guten tag genau so dann einmal und dann wollen wir weitermachen ist schon eine zeit lang her dass wir mit euch gespielt haben man sieht hier die selbst noch 24 9 do you remember where we were ach stimmt ja dieses spiel hat ja diese wunderbare erzähl mir noch mal wo wir gewesen sind sehr gute erfindung dann warum mache ich eigentlich jetzt noch mal so den flashback lieber greip rush du bist dran erinnere mich noch mal kind of but remind me a little okay so i learned that the secret of monkey island was inside the voodoo shop on melee all along elaine and i had just arrived hoping to beat lechuk and captain madison to the punch elaine had to run off because people needed help after the earthquake but i was on my way to the voodoo shop erdbeben das ging an mir vorbei das erdbeben mit einer unbesiegbaren dämonischen kalionsfigur reden das machen wir doch direkt watch the ship for me uh bite anyone who tries to steal you're fine there aren't any scrap lumber dealers on melee wow don't get any funny ideas while i'm away from the ship no problem i'll pretend i'm one of the writers comfy when is my lunch break as mandated by the figureheads guild did you just make that up a good guild starts with an idea say you're not still spying for madison are you our alliance ended when she had me dropped from a precipice i know i just had this sudden weird idea that that might have been a setup your paranoia is exceeded only by your officialness man kann echt viel mit ihm bringen keep up the good work murray i tire of your prattle keep up the good work murray i tire of your prattle ich muss sagen ich würde mir das eigentlich ganz gerne wünschen dass da mal so ein indikator gibt so hey jetzt brauchst du nicht mehr weitermachen ja wär schon schön ach wir hören das nochmal ach tap konnte man anschauen okay ich nehme es jetzt wieder mit cool du bist willkommen cool bist du fertig mit dem kookbuck? ich möchte es zurück nein du kannst es nicht mit meinem bar weg und keine Hoffnung um es zu reparieren das ist alles was ich noch habe bist du fertig mit dem kookbuck? ich möchte es zurück nein du kannst es nicht mit meinem bar weg ja wir haben es verstanden mein Punkt hast du den earthquake? ich war zu busy für mein Leben was du trinkst? was du trinkst? soda mit einem twist avokado es könnte ein bisschen fizzy für deine grog palates oh sounds exotic ich bin nicht fertig mit meinem drink jetzt ist es meine ah scheinbar das ist auch ein bisschen komisch dass du mit mit Punkt abbrechen musst ja ich glaube es ist aus juice ich glaube es ist aus juice kein saft mehr okay es sagt das secret ist in der voodoo shop okay das hatten wir ja schon ist da ein feuer? oh man wow er ist schon ein kleines arschloch oder? ja wie kommst du darauf? in der zwischenzeit halben weg nach mealy island schnell lader oder wie? wof hm i've been searching for the secret since before you were born that's exactly my point finding the secret is a young pirates game warum warum sind wir noch da im clown 4x und das ist gar nicht zu Hause Keine Ahnung. Ich frage mich gerade nur, wir haben dieses ganze Schiff gebaut, haben ewig dafür gebraucht und die sind immer noch nur auf dem halben Weg. Die beschießen sich auch die ganze Zeit selber. Die stehen da wahrscheinlich einfach. Die fahren gar nicht. Jetzt schäden sie ineinander. My crew is quite skilled when given the right motivation. I'm still worried about Threepwood. He shows up in the most unexpected ways. We don't have to worry about Threepwood anymore. I left him broken and near death at the bottom of a cliff. His eye was pussing up and bone was protruding from his leg. Animals have probably already scattered his limbs from one end of the island to the other. So it's agreed. We stop fighting each other and we join forces to find the secret. Agreed. No funny stuff. We split the secret. Teammates. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Jetzt hier doch noch was geändert, oder? Someone to face Delaine's scurvy flyer. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Läuft gut. Doing fine. Nothing free. Wait. My pressing business is across the street at the voodoo shop. I feel the secret is within my grasp. Nothing free. Obendrauf. Nothing free. Snazzy sign. Well, he's done well for himself. Still in business. My pressing business is across the street at the voodoo shop. I feel the secret is within my grasp. Am I too late? Was LeChuck here? Did Madison come? Did they get it? Where's the secret? Sie hockt hier. Alles weg. Nusser. You've had it all this time. I possess little and much. To what are you referring? Don't play dumb with me, Karina. I have the map. The secret of Monkey Island is here. What is it you wish to know? Ähm. Warum kannst du eigentlich nicht meine Gedanken lesen, oder? Das hat sie in den letzten Teilen immer gemacht. Na dran. Can't you read my mind? No need. I can read your face well enough. The secret is where you suspected it is. Inside the large safe near the front door. Wow. Wart mal ab. Das ist ein dreiköpfiger Affe. Das würde so passen. Ja, dann einfach mit dem Finger auf dich zeigen. Yeah. Wo sind die Schlüssel? Warum hast du das Geheimnis? Wie konntest du das vor mir geheim halten? Sind LeChuck oder Captain Madison hier gewesen? Vielleicht habe ich später noch mehr Fragen. Fragen wir erstmal nach den Schlüssel. Wo sind die Schlüssel? Wo sind die Schlüssel? Wo sind die Schlüssel? Ich würde es öffnen, so schnell wie möglich. Ich habe mich von dir mit den Schlüssel verhindert. Aber es ist eine nahe. Wer weiß sehr viel. Wie finde ich ihn? Sie. Und sie wird dich finden. Wie wissen Sie das? Sie ist außerhalb des Schaubes. Wow. Wie konntest du das nur von mir geheim halten? Ich bin so enttäuscht von dir. Wie könntest du das von mir ein Geheimnis halten? Du wusstest, dass ich es für mich schaue. Es ist kein Geheimnis von dir, Guybrush Threepwood. Es ist ein Geheimnis. Vollstopp. Ich bin verbunden. Ich bin mit einem Verabschluss. Ein Kontrakt. In Blut. Mit grüßigen Verabschlussungen für Verabschluss. Ein Kind of a Voodoo-Thing? Nein. Okay. Also ein guter Rechtsanwalt. Oder Notar. Okay. Warum hast du denn das Ding eigentlich? Warum hast du das Geheimnis? Hat es nicht in Monkey Island gehört? Ich habe nichts genommen genommen. Das Geheimnis kam zu mir, wie du es siehst, und er gehört zu jemand anderen. Ich habe ein Fee und habe ein Spell auf ihn gelegt, um es zu verhindern, dass es geändert wurde. Das ist alles. Okay. Und wem gehört das Ding, oder? Nein. Das ist das, was uns natürlich interessiert hier. Jetzt wollen wir alles wissen über das Ding. Können auch Charade spielen. Okay. Die Frage ist nutzlos, aber let's do it. Hat LeChuck oder Captain Madison hier gewesen? Nein. Das ist weirrt. Sie waren viel vor mir. Manchmal ist es besser, zwei Feindungen zu haben, als eine. Aber du sollst nicht Zeit verhören. Ach ne, echt. Ich habe vielleicht noch mehr Fragen für dich später. Ich habe vielleicht Antworten. Aber ich mache keine Prozesse. Ja. Was hat mit deinem Kauldron passiert? Ich habe es zu einem Suppe auf einer anderen Isle. Sie haben das Residue nicht gehalten, der Magik Spell. Ich bin mir sicher. Okay. Das wird spannend. Ich will es hier verlassen, aber ich kann es nicht mit mir nehmen, und ich muss die Geheimnis finden, um es zu öffnen. Ah! Du hast das Geheimnis gefunden. Du bist eine Sprache zwischen fallenen Läufen. Ziemlich aufgeregt. Geheimnis? Welches Geheimnis? Ich gebe nichts zu. Gilt es als gefunden, wenn es in einem Tresor eingeschlossen ist? Haben alle außer mir schon davon gewusst? Den finde ich gut. Ja. Bist du diejenige, die von den Schlüsseln weiß? Also. Also, ja. Did everybody already know about this but me? Not at all. Precious few of the smarts and the patience to decipher the clues and find the secret. I am wide lean bones. Widey. Like you? The hunt for the secret consumes me. Like you? I know where the secret lies, but lack the means to open the safe. You must have many questions. Wir öffnen den Tresor. 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 Wie sehen die goldenen Schlüssel aus? Golden. Ich musste gerade wieder an das blaue Licht denken. Was sehen die goldenen Schlüssel aus? Sie sind gold. Es ist nur paint, aber sie sehen schön. Okay. Mann. Ähm. Ja. Warum ist es hier? Warum ist das secret in der Safe, statt auf der Monkey Island? Wissen Sie das? Das secret ist immer in der Safe. Aha. Ah, okay. Also der Tresor ist das. Okay. Okay, und wo finde ich die Schlüssel? Wo kann ich die goldenen Schlüssel finden? Die meisten sind bereits gefunden. Ich habe sie selbst. Die alte Frau Smith hatte eine, bevor sie sterben. Und Bella Fisher auch. Auch. Ich habe gehört, eine wurde auf Bermuda gefunden. Das sind nur vier. Eine noch wurde auf Terror Island geblieben. Das hat niemals gefunden. Häng auf. Ich schreibe alles auf meine To-Do-Liste. Das klingt nicht so hart. Viele Menschen kommen nicht zurück aus Terror Island. Auch. Bella Fisher sank auf der See und niemand weiß, woher. Sie hat ihre Schlüssel mit ihr. Oh. Großartig. Okay, kann ich den Schlüssel ausnehmen? Kann ich die Schlüssel, die du hast, um es zu probieren? Nicht so schnell, breiter Junge. Whitey Bones ist nicht so einfach. Easy Mark. You prove yourself. Get some skin in the game. Find me when you've got more keys than I do. And maybe I talk partnership. Hanle Chuck kommt, bricht das Genack und belebt dich wieder fertig. Das wäre jetzt meine Art. Wie konntest du, dass ich davon noch nie gehört habe? How come I never heard about any of this before? I'm kind of a secret of Monkey Island buff. You'd think I'd know about it. The clues were buried deep and clever. Only a few ever puzzled them out. And we keep ourselves to ourselves. Das scheint alles unnötig kompliziert hier. Das ist alles unnötig kompliziert hier. Absolut. Das Leben ist manchmal so. Bestes, einfach Spaß mit dem Rennen. Das konnte ich noch nie. Wow. Du scheinst klarer zu sein als damals, als du aus dem Fenster auf die oberen Straße geschrien hast. Wow. Ja, ja, das ist auch sehr charmant. Ja, wir sehen uns mal. See you around, Whitey. I've got keys to track down. Okay, bright boy. But you watch your step. There is a curse. The keys are protected by a terrible curse. Beware. Hmm. Like the curse of Monkey Island? A curse? Really? No. I mean, yes, she did say that, but she was just being dramatic. Whitey likes to make a big exit. Well, one thing's for sure. I don't know how to get to either of those islands she mentioned. I'd better get a good sea map right away. Ich hole eine, ja. Okay. It's a long, small map of some... Looks chilly up there. This map shows both sides of the globe. It's twice the value. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it... Never mind. I'll come show one. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. Never mind. What's this a map of? The secret movements and activities of my... That sounds reasonable. Okay, Kiki, was hatten wir schon mal? This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep. Trouser Island. So, können wir's auch machen, ne? It's a map on a fan. What will they think of next? I had a map like this once, but I sailed left. That looks like a treacherous voyage. It says, rating, cursed black diamond. It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. Hmm, it's maps wrapped in maps. The first rule of piracy is... Never buy a used treasure map. Now, this is Rekursion. Ooh, this one looks nice. How much is it? Oh, that one? Too much. Hey, Wally. What's in these maps? What else? Good old mazes. Can't get enough mazes. Somewhat understated and somewhat overpriced. Huh, never seen one of those before. I try to steer clear of sea monsters myself. Okay. It looks expensive. And shiny. I like shiny. I like shiny. Ja, das sollte man mitnehmen. Auch wenn wir's nicht brauchen. Ja, wir können ja noch alles anschauen, ja. I appreciate the Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. I feel very strongly about that for some reason. Nö. I appreciate the Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. I feel very strongly about that for some reason. Ooh, those look fancy. The finest tools to make the finest maps. Da hätten sie zum Beispiel so was reinbauen können wie ein Kompass, der nur nach Norden zeigt. I didn't know you made Globes too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. Okay, ich glaube, wir haben soweit hier alles durch, oder? Ja. Woo, looks chilly up there. Schade. Irgendwie hätte ich noch ein bisschen was erwartet. Hey, Wally. Ist da eine Seacarte von der Gegend? If you got a sea map of the local area, can you jot down the locations of Terror Island and Bermuda? No problem. I'll also add a few extras. The ship tracking feature is going to blow your mind. It's a little trick I know. You need to be able to go the extra mile if you want to make it in the big time, like me. Be careful. The last pirates I made a map to Terror Island for were never seen again. And Bermuda can chill you to the bone. Not many pirates want to head up there. Oh, and when you get to Skurvy Island, say hi to Elaine for me. Thanks, Wally. And sorry about blowing you up that one time. Hmm. Hey, Wally. What was the deal with all the crazy maps on Monkey Island? I made the map to the secret, and a darn good one I might add. But what other people do with it after purchase is not my legal responsibility. Warum hast du nur mir nicht gesagt, dass die Karte besagt, dass das Geheimnis gleich gegenüber ist? Hm. Ich bin mal auf die Antwort gespannt. Why didn't you tell me the map said the secret was right across the street? That would have saved me a lot of time. Sorry, but I was all in the aid up on that one. Wow. Was ist jetzt die Antwort? Ich lebe das Piratenleben? Was ist das für eine Antwort darauf? It's the Piraten life for me. Yep. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Ich weiß ja nicht, aber die... Hey, Wally. What's with the window ladder? Ich benutze sie, um eine Antwort aufzunehmen. Well, das ist gut, dass sie es haben. Ich finde die Kommentare einfach... Da fehlt der Witz. Ja, das kann man so sagen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu übergenau bin, aber irgendwie... Die Schlagfertigkeit ist einfach nicht da. Hi. Braille, Junge. Wie war deine Suche? Du verbringst viel Zeit damit, aus dem Fenster zu schauen. Hast du das, was du über einen Flug gesagt hast, ganz gemeint? Bist du sicher, dass ich den goldenen Schlüssel nicht ausleihen kann? Das muss aus dem Fenster schauen sein. Du hast viel Zeit, aus deinem Fenster schauen. Ich werde den Locksmith sehen. Vielleicht kommt jemand mit einem goldenen Schlüssel. Du weißt? Alles ist möglich. Ich werde auch ein Augenblick auf die Fischkarte halten. Da ist ein Mysterium. Hier. Ein viel Fisch, aber kein Boot. Viele Fisch. Das könnte ein Hinweis sein. Was kannst du mir noch über den Flug sagen? Du meinst, was du gesagt hast, über eine Kurs? Du wirst immer noch die Schlüssel suchen, wenn es wahr ist? Eine Kurs. Dann ist es nicht wichtig. Ja. Sind Sie sicher, dass ich deinen goldenen Schlüssel nicht ausleihen kann? Wie viele Schlüssel hast du dir selbst, Junge? Äh, keine. Komm zurück, wenn du mehr hast, als ich habe. Vielleicht können wir dann eine Partnerschaft sprechen. Okay. Wahrscheinlich. Zum tollen Hecht. Es ist der Cods Wallop. Ja, dann direkt in den Fischladen, oder? Das ist der Cods Wallop. Danke. Alter. Wir haben das frischste Fisch auf dem Block. Und das frischste Kompatier auch. Das sind die alten Piraten. Okay, das sind die Piraten-Leaders. Es ist mir, Gaber Streetwood. Ah, ich dachte, wenn wir ihn spielten, wenn wir ihn spielten, dass er passend familiär war. Okay, das sind sie. Offensichtlich. Das sieht nett aus. Offensichtlich. Offensichtlich. Grand Fisch. Schaut mal was von einer Frau. Was ist Bella Fischer gehört? Okay, dann wissen wir schon, was wir finden müssen. Wisst ihr was von dem Schlüssel, den sie hatte? Der Dritte von denen redet nicht, oder? Hm, doch, aber er hat wohl keinen Bock gerade. Habt ihr das Erdbeben geschmückt? Okay. Oh, ihre Mägen sind seltsam. Ich bin immer noch auf der Jagd, ne? Nicht ich bin, sondern immer noch seit 30 Jahren, Freunde. Ich bin immer noch auf der Gehreise. Ich bin immer noch auf der Gehreise. Der Gehreise? Sie sagen, der Pirate, was hältst die Gehreise, kann niemals beiebten. Der Wind, der immer füllen seine Säle. In den alten Zeiten, wir haben ihn auch nachvollziehen. Aber wir haben noch mehr Fisch zu füllen, so zu sprechen. Schlechtes Mal, Fisch. Ich würde gerne ein paar Fische kaufen kaufen. Das ist eine sehr gute Lebensversicherung, mein Mann. Heute haben wir Hagfisch, Toadfish, Schleimhäde, Bloater und Lumpfucker. Was wird es sein? Okay, die werden wir wahrscheinlich später brauchen. Schleimhäde? Hier ist eine Box voll. Es sollte viel sein. Du willst mir einen Tab für dich? Sure, danke. Okay. Da werden wir auf Rechnung kaufen, ne? Wir können immer noch einen haben. Ich denke, ich werde heute einen Tab. Du findest nichts besser. Wir nehmen uns so die Kiste, betragen den ganzen Tag rum und nochmal abgewählt. Ich würde das ganz gut umtauschen. Wir wissen nicht, dass wir sie am Boden gefunden haben. Hm. Okay. Sie sehen großartig, aber ich habe keine Schleimhäde. Was sind diese kleine Schleimhäden? Sie sind Lumpfuckers. Sie sind leicht zu essen und gut für Sucke aus Sists und Boils. Okay. Sie sind Sackt und Säupers. Sind diese Eels? Sie sind sehr lecker, aber Sie lassen sie sich um den Kissen. Sie sind Slimey und Pointy. They have hagfish, toadfish, Slimehead. He's a handsome devil. First fish I ever caught. Couldn't bear to eat it. Of course, I was only a lad of three at the time. What are these bobby dots? Toadfish. Surprisingly, no relation to actual toads. Flounders sure are funny looking fish. You say that now, but wait till you're alone and sinking in a fierce northern squall. Battling to land the beastie in time to use him to patch the hole in your boat. Okay. What? What's that flag with all the holes in it? Quite proud of that. We caught it up in a fishing net one day. Tis one of the signature flags of Bella Fisher herself. Bella Fisher? That was Bella Fisher's flag? That's what I said, yes. It's a copy of At the End of the Plank. Oh, aye, a gift from a good friend. I haven't actually read it myself yet. Hm, da können wir uns noch dran erinnern, das hatten wir auch schon. Und was können wir mal der Flagge noch fragen? Is the flag for sale? Bait your tongue. That's property of the Chums. Shhh. With the who? No one. It's too late. The bait's out of the bag. We might as well tell him. The Chums is by way of being a semi-secret society of anglers. Mostly we tell stories. Aye, stories about fish. Aha. Can I get to see the Chums? Well, uh... It, uh... Please, have you got any good fish stories? Yeah. One time, I was swallowed by a manatee. No one knows what a manatee is. Trust me. Make it a whale. It'll be better. Okay. Take this fishing lure. Other Chums will have these, too. On their clothes or displayed somewhere. Go out and find them. Show them your lure and tell them your story. They'll give you advice. Learn all you can. Then come back here and tell us your story again. You could start with that young pirate that hangs around at the scumbar. Don't tell him where to start. He's supposed to look for the lures. Okay. Was ist das so ein bisschen die... Ha. Ein bisschen die Story, ja. That's an interesting mounting method. Caught that one trying to escape. Was Bär da immer noch... Immer noch die Augen bewegt. Excellent, Marlin. Aye, that ain't real. It's a promotional item from a local Yakbutterfellow. But it looks nice enough. What? Yak? I know fish can't blink and I want to keep on knowing that. Okay, what have we here? I remember... We're asking about the stupid fish. Okay. That's we already understood, but... You'll find none better. Okay, that's... Ich meine, bei denen sehen wir das ja auch nicht. Also man sieht es ja nicht scheinbar nicht einfach so. This is where I risked my neck for Elaine. And she showed me she only needed me to train. Hey, Guybrush! It's been reduced to rubble. Oh, guck mal, wer wieder da ist. Otis, Otis, Otis. What are we going to do with you? I didn't do anything this time. I was framed. Where's Stan? Where's Stan? Did they let him go? No, Stan got sentenced to hard time. Did you know he was representing himself? I've heard that's unwise. They took him to the ice quarry on Bermuda. Bermuda. Natürlich. Was hast du denn dieses Mal getan? What did you do to get arrested this time? Nothing! I was just standing there minding my own business. Applying for earthquake relief. Did you know you're only allowed to do that once? There is no justice. Are you worried the rest of the building will cave in? Yes. You think you could spring me again? I doubt it. It looks like something happened to the serial number on this lock. Tja, wohl nicht, ne? Badefin. I'd like you to tell the museum curator about our jailbreak all those years ago. The one with the mugs of Grog. He doesn't seem to have the story quite right. Of course, the truth is important. When I am free again, I will pay him a visit. Well, I don't see that happening anytime soon. Let's visit again soon. Have your people call my people. Eh, at least you still got a lamp. Oh yeah, great. I can see well enough to count the rats teeth. Und da kommt der Ratte. Also, das doch geskriptet. Okay. Ich dachte, man kann vielleicht hier irgendwie das Zeug, äh... It's been reduced to rubble. ...einölen und anzünden. What? The lamp broke. Possibly an improvement. Ah, Schleimfische. Das hat schon einen Grund, warum die so heißen. Hey, bist du das da? Greetings, fellow chum. Have you a story to share? One time. Mein Schiff von einer Seekuh verschluckt. Einer sehr, sehr großen Seekuh. Vom Grog. Oder von einer Meerjungfrau. Versuchen wir die Seekuh. My ship was swallowed by a manatee. A really, really big one. I'm not sure what a manatee is. Hello again. Wäre ihr Mutter vielleicht als alte Mrs. Smith bekannt gewesen? Would your mother perhaps have been known as old Mrs. Smith? Whitey Bones said something about an old Mrs. Smith. Well, I didn't call her that. But I suppose some people did. Mainly when she was older. Goldenen Schlüssel? Hast du davon mal was gehört? Have you heard of the golden keys? Sure. My mother had one of them. Had? She left it to me and her will. Ich zahle so viel Geld, wie sie wollen. Ja, schauen wir mal, ne? I will pay you any amount of money you like for your mother's key. When my mother died, her personal possessions went into probate with the court. When they came out of probate, I was still too devastated to claim them. As you can see from this letter the court sent, they and the key have been destroyed. Well, this is an unexpected wrinkle. What? Ist das da gerade heute rot, morgen tot? Ja, ja. Okay, Matt. Das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Hallo, Herr Übersetzer. Was haben Sie sich dabei gedacht? Heute rot, morgen tot vielleicht? Vielleicht hat er so in sein Taschentuch gehustet und... What happened to your mother's golden key? As you can see from the letter I gave you, the court destroyed the key. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. Okay, dann... Ich muss sie nochmal den Köder zeigen. Aber, also man sieht das doch jetzt nicht, oder? Sie trägt den doch nicht. Ah, okay. Aber die müssen es nicht bei sich haben, die können sie einfach irgendwo rumliegen haben. Genau, aber meistens haben sie einen am Körper. Wahrscheinlich, wenn wir das noch nicht beenden können. Was, wenn du ein Fahrrad rausmust? Dann sind wir entkommen durch das Verdauungssystem. mit dem Schiff und allem. Dankweilig. Dann schlug mich morgen K.O. und verkaufte mich an einen Feind. Wir versteckten einen Haken in das Maul des Tieres und... ...hing es von innen. Ich war hierfür zur Flucht und die Nacht hereinbrach. Schreiben wir uns doch immer. Also ich finde das von innen fangen ganz lustig, oder? Das war jetzt nicht gerade aussagekräftig, oder? Vielleicht müssen wir jetzt einfach... ...wahr von denen treffen... ...und im Endeffekt erzählen uns halt immer was... ...hängt das Schiff dran... ...und wenn wir fünf Sachen sagen können, sind wir da... ...und im Wunderschöne. Es geht um, Carlos. Schön, Carlos. Schön, Carlos. Guybrush. Schön, ich möchte alles darüber hören, aber ich muss nach dem Schiff zurück zurück nach Skirby Island. Wir sprechen später. Hey! Okay. Okay. Hast du die Menschenschlange draußen gesehen? Kann ich etwas von der süßen, süßen Katastrophenhilfe abhaben? Kann ich etwas von diesem süßen, süßen Katastrophenhilfe abhaben? Ich habe dir bereits gesagt, es gibt kein Geld. Ich schreibe IOUs. Ich nehme, was ich kann. Okay, es ist nicht echt Geld. Ich muss einen Grunde anstellen. Also, was ist es für? Werft in Ordnung bringen oder die Werft, oder? Wahrscheinlich müssen wir zu Stan und Stan sagt dann, repariert unser Schiff. Ich sehe nicht eine Chumslur. Okay, sie gehört nicht dazu. Ich sehe nicht eine Chumslur. Oh! Kannst du nochmal kurz Maus mit dem Köder über ihn machen? Ich glaube, er zeigt das so schon an. Damit liegt der Seeteufel. Cool, okay. Okay, wir können auch einfach da drin warten. Oder wie wir es jetzt gemacht haben, wir gehen einfach durch. Hat Rolly auch so ein? Was auch Rolly bei den Seeteufeln ist. Ich habe nicht irgendetwas und was. Ich sehe ein Schumlur hier nicht. Ach, ich muss das trotzdem probieren. Ich verstehe nicht, warum man das zum Beispiel jetzt nicht einfach... Warum man das nicht einfach jetzt so mit draufklicken machen kann, warum man extra nur diesen Köder nehmen muss. Das ist doch... Dann schlug mich Morgenkau und verkaufte mich an meine Feinde. You know, what your story needs, it's a part to set the stage, to let us know what's going on and who the people are. It should come at the beginning, like a... A beginning? Like a beginning, exactly. Like, I was on the deck of a burning Spanish galleon with horseface and ichijo. And then all of a sudden. And then you take it from there. Want to give it a try? Okay. 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 Ein Piratenjäger namens Morgan LaFleigh hat ein Schwert auf meinen ersten Mahd gerichtet. Ich war oben auf einem Krähennest, dämonischen Ausgucken. Erster Anflug. Ausguck nach Monkey Island. Die Mannschaft war unruhig. Oder mein Schiff von einem Wal verschluckt. Eher riesigen Kraken, oder? Denkt doch besser. Nimm den Kraken. Er wurde attackt by a huge Kraken. Und hier geht's nicht mehr weiter, ne? Ja. Also, wie gesagt, ich glaube, wir müssen halt irgendwie mit fünf oder so reden. Ja, das ist der Weg. Deine Story ist nicht schlecht. Aber es ist ein paar Dinge missbraucht. Find ein paar andere Schäden, die dir in die Gäste zu lösen. Ich werde das machen. Okay, das wollte ich nicht. Aber okay. Das wollte ich nicht. Ja. Erstmal zu Stan. Stan's Bild hat verflasht. Dieses Ort sieht aus wie ein Schäden. Ein Bild? Hier ist eine schraubige Bildung. Diese Halbe zeigt Stan selbst. Erstmal mitnehmen. Ich denke, sie haben Stan ziemlich gut getroffen. Sie haben einen schönen Job mit dem Kuchen. Oh, das ist noch Tans. Oh, ich erinnere mich das erste Mal, dass Stan mich versucht hat. Tja. Wo ist das Essen? Wo ist das Essen? Oh, die Zahnbürste. Das Essen ist weggebrochen. Ja, aber es liegt nicht am Boden. Es ist einfach weg. Ja, das passiert schon ab und an mal so. Hm, na. Oh nein, es ist nichts mehr da. Haben wir den Schlüssel noch? Meine Flagge. Als ob einfach genau zwei Mal das gleich nicht funktioniert. Ja. Hast du gerade diese Augen gesehen? Äh. Nö. Hast du gerade gesehen, dass die Flagge einfach wieder da ist? Also, ich hab sie hier. Es ist eine von Bella Fischers original Pirate-Flaggen. Warte, was ist diese kleine Schrift? Replika, not to scale. Oh, Nutz. Jetzt weißt du, warum sie wieder da ist. Zwei Pirates. Die Sicherheit hat sich gebrochen. Oh, Pirate-Flaggen ist immer besser. Ich brauche nicht noch eine Fake-Flaggen. Deine Pirate-Flaggen sieht nicht ganz richtig aus. Ist es eine Replika? Du hast ein gutes Augen. Du solltest ein Museum kümmern. Der echte ist zu wertvoll, um hier zu halten. Ich habe es in der Storeroom gelegt. Es hat bereits ein verletztes Verletz. Hm, wird das wohl wahr? Hm, Mann. Messer? Ich habe die Schule geklappt, den Tag, als sie die Lockpicking taughten. Es ist lockt. Ach, wir kennen das Ganze doch schon, oder? Es gibt kleine Schrift. Neue, serial numberless Lock. Okay. Das heißt, wir müssen sie irgendwie... Siehst du das? Holzbein, wo er es einfach nur... Hm, das muss so. Any chance you'll have the real flag on display anytime soon? Oh, no. Too valuable. It definitely stays in the Storeroom. Schau mal, ich habe die Original-Flaggen. That flag in the case isn't so special. I've got one, just like it myself. Yours is unlikely to be genuine, though. Only three are known to exist. I used to love these when I was six. Until I got trapped in one for two days. Dann reden wir mal mit unserer guten Schloss-Tante, oder? Diesen Serien-Nummern-losen Schlössern. Hi there. Hi there. Hallo wieder. Kann ich noch eine andere Schloss-Tante bekommen? Sure. Just write down the serial number and give it to me. Okay, funktioniert wohl doch nicht so. At the end of the plank. Okay, da wird mit Sicherheit irgendwas mit diesem Buch zu tun haben. Ist da wahrscheinlich der Schlüssel drin. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? Übernach mal, oder? Wenn dir. Von einem riesigen Kroaken angegriffen. Dann schlug mich Morgan K.O. und verkauft mich. Morgan knocked me out and sold me to my enemies. Seems like you've got a few keys on your rank. Now talk to some other chums to round out the set. I'll do that. Okay, also siehs were befriedet. Ja, also ich denke, egal was du den Leuten sagst, die werden dir einfach immer einen Tipp geben und eröffnen ja quasi ein Ding mehr dafür. It seems to be stuck closed. Okay. Aber, damit sind wir dann wohl hier auf der Insel erstmal wirklich doof. Ja, ich denke auch. Not done with my drink. Jetzt ist es meiner. Hüstel, hüstel. Ein halbes Schiff. Ahoy! 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 Kennen wir die nicht? Hm. Permission to come aboard. Afraid, we can't let you do that. Permission to come aboard, sir. This isn't a protocol issue. Although we do enjoy a good protocol. Are you going to let me talk? Apparently, that's what you enjoy doing. There's been a deadly scurvy outbreak on the ship. We're under strict quarantine. So we don't infect others with this deadly pathogen. Ah. I don't think scurvy is contagious. You don't know that. My friends, nephews, barbers, brother says it is. It's a scientific fact. Now, don't try to snow us with your science-quackery. If scurvy wasn't contagious, then only one person would have it. Hehehe, duh. Tja. So kann man's auch sehen. Äh. Wenn die Leute das glauben wollen, machst du nix. Where did you get that cool flag with all the holts? Looks familiar. We found it floating in the ocean. It's one of Bella Fisher's flags. She probably lost it when her ship went down. We're afraid to take it down and offend the scurvy gods. There is no such thing as the scurvy gods. Well, then why is there scurvy? Answer me that. Ich glaube ab sofort auch an die scurvy gods. Mhm. Kann ich höre flaggen? Can I have your flag? Did you not hear me? Scurvy, on board. Quarantine. Well, you could just toss it down to me. Best not to risk it. It's probably crawling with scurvy. Trust me. Can I have your flag? Can I have your flag? Don't you not hear me? Well, you could just toss it down to me, not to- A club for the boot god? Scurvy for the scurvy god? No. Ah. Bye. Don't let the scurvy bite you. Scurvy bites? I knew this was bad. Yeah. Hey, Murray. Have you tried scurvy? It would suit you. I'm sensing a generally negative attitude directed at visitors. You have the deductive power of a cantalogue. Okay. I said to a cantalogue, but... Ooh. Okay. Das ist cool. If... If that's what you can call that... I made it myself. It's a source of pride. This is a scurvy inspection point. The law requires that you're carrying limes before I allow you to proceed north. Okay. Perhaps you would consider some pieces of ink? I'll pretend I didn't hear that. Due to an outbreak of scurvy, all ships heading north are required to carry limes. Sounds like a reasonable law. You will have to turn back. Failure to do so will result in fines, incarceration and or scurvy. We will have to turn back. Failure to do so will return to an outbreak of scurvy, all ships heading north are required to carry limes. Sounds like a reasonable law. You will have to turn back. Failure to do so will result in fines, incarceration and or scurvy. Well... Tja... Nach Bär bei uns würden wir noch kommen, oder? Der ist noch unter vom 19. Ganz links oben. Yep. In the meantime. Die muss man ja unlautig hinbekommen, ne? Mhm. You're right. It won't budge. It's strong magic. I can still get it open with a spell, but I need a good power spot. It beats trying to find the keys. We don't even know where to start. It could take forever. Only a fool would do that. I know an excellent place for power spells, but it's not on this island. No problem. We can craft it there and then come back here. We'll take my ship. I'll stay here to keep an eye on the safe. And steal the secret yourself? I don't think so. Stop it. Clearly no one trusts anyone to stay behind. We'll all go together. What if someone else finds out the thing is here? The only map is lost somewhere on Monkey Island. Probably eaten by a wild boar by now. The mapmaker knows it's here. I've got a bone to pick with him anyway. I'm thinking maybe one of the large ones in the leg. Tja, Pech gehabt, Valdi. Stay back! I could see you! How did you find me? I just sailed up and here you were. Who are you? I'm Guybrush Threepwood. Mighty Pirate. Are you alone? Ähm, zur Zeit? Zehn unausstehlich sprechende Schädel? Tja. Do obnoxious talking skulls count? No. Then yes, I'm alone. I heard that. I'm Ned Filagree, Accountant. I don't mean to be rude. It's just that I'm in hiding. Hm, wem hast du Angst? Du bist wohl ziemlich gut in Mathe. Ich bin auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Ja, fragen wir mal. Ich werde die Insel ein bisschen erkunden. Ja, ich glaube, das habe ich schon. Was ist das, was du Angst hast? Well, hast du von Stan S. Stanman gehört? Der Name klingt familiar. Danke, Gott. Sie haben ihn auf Bermuda gelegt. Er wird für lange, lange Zeit schicken. Ich kann nicht helfen, aber nervös. Aber in der Grunde, ich glaube, ich habe Jahre vor, bevor ich wirklich über das zu beschäftigen muss. Das ist eine gute Frage. Warum hat er Angst vor Stan? Ich meine, es ist Stan. Warum bist du Angst vor Stan? Stan, he's always struck me as pretty harmless. Except for ekonomically. Sure, but you never can tell what someone like Stan will do. He's got no moral center. There's that term again. Like I said, I'm glad he's safely stuck in the Bermuda quarry for a good long time. I'm a creative accountant. Math doesn't really enter into it. You any good? Don't judge me by where I live. I've just had a few setbacks. It's all I can afford right now, but it's temporary. Okay. Ja, gut. Du, ich such das Geheimnis, ne? I'm on a quest to recover the secret of Monkey Island. That's a good move. I've heard the secret is a one-of-a-kind intangible, which means you can assign it whatever value you want to. Also, since it's very old, you can claim a lot of depreciation. Wait, are you trying to tell me I'm going to have to pay taxes on the secret? Not if you're smart about it. Okay. Uh, here I can get the answer. I'm going to explore the island a little bit. Holler, if you find anything interesting. Easy, Ned. He's not coming. Nice likeness of you. Where's the other half? No comment. Ich dachte, wir haben die andere Hälfte. Ja. Is that a sale? Wir haben die auch gerade gezeigt. I think they've captured Stan quite well, actually. They did a nice job with the coat. Okay, also offensuch und die können wir die einfach nicht miteinander verbinden. Wir können sich kombinieren und wenn wir sie zeigen, sagt er, ja, okay, ich kenne die. That's a mighty fine looking chest you have there. What's in it? Everything I own. The fruits of a man's life. The yardstick by which I'll be measured when I'm gone. It's mainly paperwork. Ears and... Nothing to see but a lot of corrosion. Leave that alone. Okay, mehr gibt's hier nämlich nicht, ne? I'm going to explore the island a little bit. Holler, if you find anything interesting. Ich schätze, er wird halt später irgendwann noch abhauen. Vielleicht will wir es der Anne befreit haben oder so. Und dann kaufen wir das Bild. Ja, ich hätte halt gedacht, dass wir mit dem Bild einfach nachweisen müssen und dass er dann Schiss hat. Mit einer Zahnbürste. What's that sound? Oh, that's just the waves. Okay. Knopf daneben ist auch vorbei. Sag mal. Ne, die Zahnbürste passt nicht. Hey Murray, this looks like a great place for you to spend the rest of your death. Don't even think about it, you traitorous worm. Remember who got you the map? Ja, dann holen wir uns mal eine Limettal. Ah, Scurvy Island. This is where Elaine's been growing all the limes for the Marley Foundation Scurvy Project. She's probably back here by now. I can't wait to see her. Okay, was gibt's denn hier Feines, ne? Hm, all die Metten. It says the Marley Foundation Scurvy Treatment and Prevention League, or STAPL, welcomes you to Scurvy Island, 1.5 miles to STAPL headquarters. It's a very realistic likeness of the scarlet plumed point-and-snip bird. I didn't know Elaine was into woodworking. Whoa, at me fooled. Thanks, bird. Die Ratte sieht auch net aus, äh, Schnecke. Schnecke, die Ratte als Haus hat. Hm, ich Schnecke. Hier gibt es nichts. Schatz, ja, so. Wow, Elaine sure has been busy. I'd better talk to Elaine before I steal any limes from the foundation she's worked so hard to set up. That's where all the driftwood goes during driftwood-mating season. These groves go on forever. Dann gibt ja noch oben noch Zelt und links ist das eine Statue. Elaine und ich debate über, ob es ein Paret oder ein Cockatoo aussieht. Mhm. Was ist das? Elaine? Are you decent? Hello? Hi, I'm working due east of the waterfall and due south of the lake today. I pinched a yak with it once. And then I sort of accidentally pinched the staple remover. I had it for years before I remembered to give it back to Elaine. She was happy and mad at the same time. Mappy. Hey, this used to be a picture of both of us. What happened to the me part? Pirates used to have to steal this from Elaine to prove themselves. Now, at least that's what they told me when they made me do it. It obviously means something to Elaine, too. Not everyone can list a staple remover among their cherished mementos. Okay. It's nicely dried, pre-cut, and I think I'll fill up my coat pockets with this bulky f- We're going to steal everything. Of course. Is that right up there? Is that a Ente? That one? No. So, what did you mean by your hand? Something south and south. Yeah. Yeah. I'm almost sure that it's exactly the same thing. Hi, I'm working due east of the waterfall and due south of the lake today. Also, actually here, right? Yeah. Where do I find the mint groves? Okay, what? Was, dann gibt's noch genau eins drüber? Probate Order 1673832 pursuant to Statute E, Section C, Subsection IS. By order of the court, the following unclaimed personal effects have been destroyed. Golden key, fancy box. Looks official. It's got a wax seal of a parrot on it. Hi, I'm working due east of the waterfall and due south of the lake today. I was hoping I'd run into you again. I was hoping that too. What happened at the voodoo shop? Did you get the secret? Not yet, but I'm closer than ever. I just have to gather a few golden keys together and I'm good to go. That sounds promising. What about LeChuck and Captain Madison? They weren't there, oddly enough. Well, be careful. How's your project going? The project has hit a snag. We have plenty of limes, as you can see. But people are refusing to take them. They say they don't like the taste and they don't believe they'll help with scurvy. As an elected official, I could have issued an edict. But as a private citizen, I have to convince people. I tried this flyer. Yeah, I've read part of this. I know. I know it's terribly dry, but the facts are there. Have you tried using a different font? Comic Sans, for example. Yes, but I need a small one to fit all the information on. What about adding bullet points? They could be little limes. People not liking limes is part of the problem, though. Good point. What if the text was centered instead of left justified? Somehow I don't think that's going to make a lot of difference. I'm not sure what to tell you. It's basically a sales and marketing problem, and neither of us is an expert in either of those things. I see what you mean. I'll hang on to the flyer. Maybe I can find a sales and marketing expert to look at it. Wer das wohl nur sein kann. Can you spare any limes? You can take a few. Like I said, I'm having trouble giving them away. I will see you damit kontrollieren. Hey, it's a picture of me and Stan. Ja, mhm. Wenn sie sich das Stan wieder rausnehmen. Das ist Teil dieser Bild von uns. Okay. Ich rede nicht über den anderen Part. Schön ist es eher der Gedanke, dass du da was anderes reintun kannst. Grüß dich, fellow Chum. Guybrush! Du hast die Chums ge集t. Ich bin glücklich. Vielleicht ein neues Hobby will dir helfen, zu dir, zu dir das Geheimnis zu holen. Ähm, sicher. Well, lass uns hören, was du hast. Schon eine gesunde Beziehung, was die beiden haben, oder? Ich meine, sie ist dabei und meint so, ey! Moment, morgen weitermachen, oder? Ich glaube, es spielt aktuell eh keine Rolle, was wir erzählen. Es war mein erstes Trip zu Monkey Island. Die Crew war restlos. Und dann, all of a sudden, erzählte einfach den größten Schwachsinn. Oder vielleicht Murr-Person ist mehr korrekt? Und jetzt das, das Unterste hier. Was überhaupt keinen Sinn macht. Ich helpt ihr, wenn die Nacht fiel. Wir sind immer von Zeit zu Zeit. Das ist ein schönes Guybrush, aber ich denke, du hast die die wichtigste Sache gemacht. Was war es wie ein Mörmaid? Menschen wollen hören über die Erfahrung. Das macht Sinn. Wollen Sie es mal probieren? Okay. Okay. Es war mein erstes Trip zu Monkey Island. Die Crew war restlos. Und dann, all of a sudden, mein ship wurde von einem Manatee. Ein wirklich, wirklich groß. ein Typ, der schon drinnen war, dachte ich, ich wollte ihm seine Freundin wegnehmen. Die Mannschaft wollte sie zum Essen einladen. Die Crew wollte sie zum Essen einladen. Ich verstanden, was sie gemeint haben. They wanted to have her for dinner. Das ist nicht, sie wollten sie zum Essen einladen. Ey, was? Zum Glück haben die meisten Menschen keine Ahnung, wie mehr Jungfrau schmeckt. Guck, ich erzähle meiner Frau, dass ich mit Lefley gesagt habe, wir sind verheiratet. Dann sind wir entkommen, das Verdauungssystem. Den finde ich gut, die Story. Also Manatee ist einfach immer raus, immer. Ja, aber sie ist so gut. Dann machen wir morgen. Der Pirate-Hunter Morgan LaFle had my first mate at Swordpoint. And then, all of a sudden. Dann eine Seekou. Nein. Meerjungfrau. Wir ran across a mermaid, stranded on a rock. Ein Typ, der schon drin war. Dachte, was? Drin war es ekelig. Weiche Böte und überall gelbes Zeug. Was? Das Schiff wollte zwei helfen. Wir haben die Meerung vorgesehen. Zack. Scheiße. Ein Typ, der schon drin ist, dachte, ich wollte, seine Freundin zu holen. Die Story ist gut. Ich war einfach zur Flucht. Ich helfe sie, wenn die Nacht erlte. Wir sind immer von Zeit zu Zeit. Ich denke, du hast es. Ich denke, das ist wirklich gut für dich. Du solltest ein paar andere Chum finden, um deine Gifte zu spüren. Ich werde das tun. Oh, jetzt heißt es zu share ihr Gifte mit. Was? Jetzt haben wir wohl alles. Ja, ich glaube, außer Manartig kann es einfach alles zusammenwürfeln. Ah, ich liebe das Ort. Es ist wie eine 100-Foot-Kandyskane. Ah, ich liebe das Ort. toll. Ich liebe das. Ich liebe das. Chuck, guten Tag. Okay. To be honest, Sea Monkey 2 feels a little less mighty next to the Chuck's triple-wide barge. Das ist nicht so gut. Mary ist dann für die beste. Marie ist einfach das Beste. So, was haben wir hier noch? Hatten wir schon. Dreck auf dem Boden. So, ähm, obviously I'm actually Guy Rush Threepwood. Pleased to meet you. Again? I assume that's your real skin this time? Yeah, sorry for tricking you with the other two. Two? One. That's not my best subject. Either way, don't worry about it. You're LeChuck's rival, not mine. I've got better things to worry about. Also, I enjoyed the book you brought me. Okay. Und wo sind denn alle? Where is everybody? Flambe is up in a crow's nest. Odds are he's sleeping. Iron Rose said she was running an errand. The rest went with LeChuck on that other ship. Would that be Captain Madison's ship? I think that's right. Interesting. Ja, sagt LeChuck nicht, dass ich hier war, okay? Hey, don't tell the Cheuck I was here, okay? Don't worry. I wouldn't want to risk making him that angry. He gets a bit, um, scary. Ah. Der Umtote wird scary. Mmh. Remind me why Flambe still has a job. He doesn't do anything. He's handy to have a round when we have to fix things below the waterline at night. Okay. Na ja, man, da hat er recht, ne? Will ich den Kopf hängen lassen? Hang in there, Bob. Still not funny. Still not funny. I mean, brauchen wir von so einem Schiff eigentlich jetzt irgendwas? Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? Yeah, zumindest das hier. Hm. It was my first trip to Monkey Island. The crew were restless. And then, all of a sudden... Flambe nicht viel witziger. Ja, Flambe ist ja... ...was anderes, ne? Flambe ist halt ausguckt. We ran across a mermaid, stranded on a rock. Nee, nee, Flambe ist, glaub ich, ne andere... ...andere Pirate. Piratin, wä... He was gross inside. Soft floors and yellow stuff all over the place. Zufrieden, jetzt hab ich's gemacht. Äh, die heißt ja Morgen Le Flei, nicht Flambe. Kennt man eigentlich Morgen Le Flei aus dem Vorgänger schon? Ich lippe die Hulle auf Feuer mit Flambe's Hände. Ich glaub schon, aber ich kann mich nicht mit anziehen. Oh Gott. Die Kreature fliegt. Natürlich, dann mussten wir das Feuer rausziehen. Wisst ihr was? Ich denke, deine Geschichte würde wirklich von einer kaltlichen Description benötigen. Like, wenn ich einen Fisch anziehen. Ich sage nicht nur, ich habe einen Fisch anziehen. Ich sage, es war ein majestätiger Fisch. Glistening wie liquid silver, dashing through the waves, stretching my line out like the truth in a schoolboy's mouth. Oh, das sieht ein bisschen mehr grippend. Willst du es mal probieren? Okay. Es wird immer noch besser, ne? Äh, gehört übrigens, oder kam übrigens in Tales of Monkey Island vor Morgen Le Flei. Okay. Wobei der Name mir zwar bekannt vorkommt, aber... Äh, ne weibliche Piratin... Ich war da in einem Krowsnest mit einem Dämon-Lookout, der genannt Flambe. Und dann, all of a sudden... Wurde mein Schip von einem gigantischen... Wurde unser Schip von einem gigantischen, riesigen Kragen. Our ship was attacked by an immense Kraken with 40 Tentacles, like the writhing fingers of the sea itself, grasping to haul us down. Hm. Hm. Das muss nicht viel, nein. Das muss mit Weichkäsen laufen. Das Schiff wurde auseinandergerissen wie vier betrunkenen Hochzeitgäste, die sie um die letzte auszuschreihen. Es begann, die Schipfe abzunehmen, wie vier drunkenen Wettbewerb-Gäste, die über das letzte Oister kämpft. Ich zündete den Rumpf mit Flambees Kopf ab. Ich zündete den Rumpf mit Flambees Kopf ab. Ich zündete den Rumpf mit Flambees Kopf ab. Ich zündete den Rumpf mit Flambees Kopf ab, damit es unter Wasser fern würde, blinding als der Sonne und furchtig als der See. Die Schiff wurde ausgelöst, wie ein altes Tarn aus einer Bar von Soap. Natürlich. Dann mussten wir das Feuer ausziehen. Dazzling. Deine Geschichte ist gut, aber es ist wie ein Butterknife und ein Bagel von Steakknifern. Du weißt, wer du mitmachen sollst? Der Eisquarry-Guard auf Bermuda. Er ist nütz, als er klingt. Oder löscht. Oder act. Danke. Er ist nett, als er aussieht. Oder rede. Oder handelt. Kitty! Jetzt ist kein guter Zeit, um die Tension zu erzielen. Nein, hat der Versuch festwert gewesen? Ich muss dir nochmal do sagen. Oh Mann. Diese Dinge werden jedes Jahr mehr sophistikiert. Ich will nicht, dass ich ihn aufwachen möchte. Ich glaube zwar noch nicht, dass es hier auf dem Schiff was gibt, aber... ich denke auch nicht. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich einfach nur das für den... für den Chum-Typen hier. Und ich schätze aber auch, dass das jetzt quasi der vorletzte war. Dass wir quasi bis jetzt einfach alle haben. Weil er uns jetzt explizit hier Bermuda genannt hat. Es ist Chef Putra's Demonpepper, made from the hottest Peppers you can get. Eww. Aber es leer. An empty Demonpepper box. Looks like Putra replenished her supplies. Putra keeps a hot fire going here. Old boots and deodorant. It's kind of soothing in a weird way. Okay, das heißt, das sind wir hier auch. Einfach den Pfeffer da jetzt rein kippen. Nee, der Pfeffer ist ja leer. Sie sind hier aufgepflegt. Es ist ein Demonpepper, made from the hottest Peppers you can get. Tasting it is not a good idea. Okay, können wir. Dann nicht. Schade. Das wäre doch lustig gewesen, wenn hier ein Lechak-Bild gewesen wäre. Aber ist nichts, ne? Nö. Äh. Der Pfeffer ist da oben. Kann ich den Pfeffer über den Kopf hauen? Warum solltest du das wollen? Na, er will den Pfeffer, ja. Er will es ja scharf. Und nicht zu ihm sein. Er will essen. Er will aber nicht mit Pfefferspray angesprüht werden. Oh, habt ihr Elementen? Seid ihr damit zufrieden? Ihr müsst versuchen Limes. Sie helfen, die scurvy zu verhindern. Woher hörst du das? Ist das mehr von deinem Science-Mumbo-Jumbo? Du musst zu gehen, bevor du scurvy zu verhast. Äh, wir müssen zuerst nach nach Bermuda. Was meinst? Ja, sonst gib ihn mal das Flugblatt. Aber die werden sagen, ja, ist er zu kamer. Achso, du meinst das. Ja. Stimmt das mit dem Sten? So, was stimmt. Okay. Woher können wir es ja schon hoch? Halt! Das ist eine scurvy-inspektion. Hier, schau, ich habe Limes. Siehst du? Das ist das Blaulicht auch verstanden. Oh. Um zu nach vorne zu gehen, musst du eine Customs-Deklaration-Form ausfüllen. Name? Mr. Elaine Marley. Mr. Elaine Marley. Füll das aus und sei komplett ehrlich. Sind Sie Pirat? Wann sind es letzten... Ach. Ach. Wenn Sie neun angekreuzt haben, haben Sie nicht zwei angekreuzt. Wahrscheinlich ist das so ein Ding, wo du... Alter, wie viel gibt es hier? Also, wir sehen uns, wie du es getan hast. Wir haben ein Problem direkt aus dem Start. Wir haben keine Piraten auf Bermuda. Ich werde das Geräusche geben, dass Sie diese Wasser sofort verlassen. Das hilft, dass ich ein Mighty Pirat? Nein. Nach so schnell, zu gehen nach vorne, Sie müssen eine Customs-Deklaration-Form ausfüllen. Name? Elaine. Mr. Elaine Marley. Füll das aus und sei komplett ehrlich. Okay, also müssen wir den Scheiß echt lesen. So. Ja. Wir sind kein Pirat. Wir waren nicht auf dem Play-Kanal. Haben Sie Frage 2 beantwortet? Ja, haben wir. Das müssen wir anmachen, ne? Ja. Wir haben die Mad-Bones, ja. Nein, waren wir nicht. 4 und 6 nicht. Ja, haben wir. Ich werde 27 noch. Okay. 7 und 8 sind wir so nicht. Brauchen wir nicht. Ja. Haben Sie mehr als 10 oder weniger als 3 Bananen bei sich? Äh, ja. Ich habe weniger als 3 Bananen. Haben Sie 7 angekreuzt? Ja, habe ich. Nicht angekreuzt. Also. Ah. Ich weiß nicht. Das haben wir nicht, oder? Wenn Sie 9 angekreuzt haben, haben Sie nicht 2 angekreuzt. Haben wir nicht. Wir haben 9 nicht angekreuzt. Waren Sie im Winter noch nie auf Bermuda? Wir waren noch nie auf Bermuda. Mann, das ist ja schlimmer als die Steuererklärung. Wie viele Bäume fällt ein Biber so im Jahr, hake ich an. Nein. Haben Sie noch nie eine Verkleidung getragen oder ein Pseudonym verwendet? Ja, wir haben noch nie eine Verkleidung getragen, ja. Ist die Antwort auf 13 und 9 eine Lüge? Nein. Wenn 9 angekreuzt haben, haben Sie nicht 2 angekreuzt. Was? Was? Nee. Die Frage ist, wenn ich es anhacke, ist es dann ja oder nein? Nein, also wir wollen nein auf jeden Fall haben. Fragen Sie keine Liebe bei sich? Nein. Wenn Sie Frage 1 angekreuzt haben. Nee, haben wir nicht. Genau. Fragen Sie mir was, wenn Sie mit Zahlers Artefakt zerstören? Dann sind Sie natürlich davon gekommen. Haben wir natürlich nicht. Ja, ich fülle das gerade aus. Ich denke also, bin ich. Der Nordstein ist im Süden. Nein, ist er nicht. Können wir stellen, wenn Sie falsch beurlaubt haben. Nein. Haben Sie es eben nicht angekreuzt. Was? Wir haben sieben angekreuzt. Keine Quizkarte mehr. Ja, ist korrekt. Die Fragen 2, 3, 5, 7 und 11 sind Primzahlen. Ja, die Zahlen, die Fragen. Aber wir haben auch keine Quizkarten. Also 25 ist auch ein Haken. Haben Sie eine? 25 ist auch ein Haken. 27, 28 ignorieren wir. Kreuzen Sie das hier an? Okay. Kreuzen Sie das hier nicht an? Okay. Weißt du es an, wenn Sie Frage 25 nicht angekreuzt haben? Okay. Weißt du es an, wenn Sie Frage 25 nicht angekreuzt haben? Okay. Sollte ich doch. Wahrscheinlich können wir doch einfach nur das letzte anklicken. Eine ungerade Anzahl, oder? Aber es ist wahrscheinlich... Das ist eine... Ja, ja, okay. Das ist auch eine Fangfrage, ne? Haben Sie eine gerade Anzahl von Fragen angekreuzt. Weil? Nein, in dem Moment, wo ich es ankreuze, ist die Anzahl nicht mehr gerade. Ja, wir können das Gegenteil machen. Ja, wir können das Gegenteil machen davon. Ah, war wohl okay. Okay, ich gehe darüber. Okay, es gibt einfach nur Bermuda. Ja. Ja, okay, da wird links oben noch irgendwas kommen, oder? Das riecht furchtbar. Spät. I'm staying far away from this. The wind must have blown out the fire. It's a very regal looking ice sculpture. Na, gehen wir erstmal ins Rathaus. It's locked. Na, gehen wir erstmal nicht ins Rathaus. It says, Courthouse of Bermuda. Hm. Woher kennen wir den nur? Tosti. Ist da der Bruder, oder ist da der gleich? Ist da der Bruder, oder ist da der gleich? Natürlich ist es derselbe. Ich höre nicht, ich höre nicht von der Ratze am 19. Bratengrad. Don't I know you from the shakedown at the 19th Parallel? Order! Order in the court! If I don't get order, I'm going to clear the court. I'll take that as a yes. May I approach the bench, Your Honor? You may approach the bench. Court is now in session. Judge Plank presiding. How do you plead? Ja, natürlich schuldig. Of being a mighty pirate. Order! Order in the court! Quiet on the gallery, or there will be arrests. Alter. Was hat euer Ehren falsch gemacht, um diese Nennung zu erhalten? Ehren, müsst ihr roh... Müsst ihr eure Roben selbst kaufen? Hab ich schon erwähnt, dass ich auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island bin? Alter. Was hat euer Ehren falsch gemacht, um diese Nennung zu erhalten? Ich habe nie eine Supremskurtsjustizung in Kribbage. Okay. Herr Ehren, musst du deine eigene Roben kaufen? Oder sind sie auf der Suche nachgebracht? Order! Order in the court! If I don't get order, I'm going to clear the court! Naja. Trakst du doch heute an der Hose? Herr Ehren, ist doch wahr? Please remember that you're under oath. Order! Order in the court! If I don't get order, I am going to clear the court! Ich schaue nach dem Geheimnis von... Why am I searching for the secret of Monkey Island? Until it becomes a legal matter before the court, it is of no interest to me. Although, I do remember a case several years back where the secret was claimed to be a fraud and a scam to sell computer games. I believe that we'll settle that of court for a substantial sum. Okay. Das ist natürlich auch toll. Das ist all, Herr Ehren. The court is adjourned! Na, ich muss doch gerade ganz kurz schauen. Ja? Mein Mikrofonarm sich gerade ein bisschen verselbstständigt. Oh, oh. Da ist es immer schlecht. Da ist es schon auch ganz herzlich, wenn es hier irgendwie so ein Heidel-Ding geben würde. Dass, weiß ich nicht, einer plötzlich so ins Fenster reinschaut oder so. Ja, das ist das Problem, wenn man den an so der Sperrholzplatte drauf hat. Jetzt ist jemand, den ich mich treffen muss. Jetzt ist jemand, den ich mich treffen muss. Es ist lockt. Vielleicht komme ich später. Lassen wir ihn ins Eisschloss. Dosti. Nice view. Nice view. Okay. Wow, wouldn't want to fall from here. Okay. Roaring fire, melting ice, very hoogly. Hoogly. Welcome, loyal subject. These matches are specially formulated for freezing temperatures. Disclaimer. Will not light underwater. Moins? Einfach alles klar? Hm, so muss das sein. This entire castle is made of ice. Ah. Lila, boof. Was das wohl ist? At the end of the plank. My only copy. Please don't touch it. Mächtiger Perra. I'm Guybrush Threepwood, mighty pirate. Grunt. Das habe ich nicht ganz verstanden. I didn't quite catch that. Grr, grr. The most regal, high, authoritative, benevolent ruler-person. Ha! No need to be so formal. This is Bermuda. You're Guybrush Threepwood, aren't you? I'm Odina the ninth. I know your wife. Mr. Tatekupinur. From when she was governor of melee? I was before I won my throne, but she does keep her hand in. And both feet. What brings you north of the 19th parallel, Guybrush? Dieser gefrorene Papagei. Ja. Den wollte ich schon immer haben. Is that one of the golden keys on your head? Welded to my crown. That's correct. The crown of keys is a ceremonial artifact, worn by the reigning queen of Bermuda. It was originally fashioned from the house keys of the citizens as a gesture of trust. And or submission? My predecessor as queen is the one who added the golden key. I think it gives a certain pizzazz. Natürlich müsste sie von Zeit zu Zeit reinigen lassen. Naturally, you'll want to have that cleaned once in a while. It stays perfectly clean, as long as I don't let greasy pirates put their paws all over it. You might touch the crown if and when you become queen, and not before. Become queen? Interesting. Hypothetically, how exactly would a person become queen of Bermuda? You have to earn it. Win it. Rest it from the iron grip of the previous queen. Most people can't manage that, of course. But by the traditions of Bermuda, all are welcome to try. To become queen, you must show your qualifications by defeating the current queen in three contests. The contests test your heartiness, your seriousness and your intelligence. Können wir ein Messer dabei? Können wir das beschleunigen? Ich hab einige von diesen Dingen. Drei Prüfungen ist genau wie bei einem Pirat zu werden. Was, wenn ich nur für eine kurze Zeit Königin sein will? Kann ich einen Champion auswählen, der für mich verantritt? Das ist doch gut, oder? Bestimmt. Kann ich einen Champion auswählen, für mich? Assuming du nicht, dass dein Champion wird Queen, und du selbst nicht beherrschst, bist du nicht beherrschst, dass du dich selbst nicht beherrschst, dass du die Krone nicht beherrschst. Ja, das zweite Teil ist so ein Problem. Hm. Meditiert, oder? Ja, natürlich. Kannst du mir mehr Details über die contests, um die Königinie zu werden? Die Contest of Heartiness ist ein EATING CONTEST. Raw FISH. Okay, dann wissen wir schon mal, wo wir den guten Herren von der Insel her holen wollen, ne? Hm, hm, hm. Ich versuche dich zu den Contest of Heartiness. Komm mit mir. Wir müssen nach unten gehen. Ah. Wir müssen nach unten gehen. Du hast den Triangle? Es gibt drei von ihnen hier in der Geburt. Ein für jeden Contest. Wenn du eine Formal-Einrichtung vorstest, dann schlägst du den Triangle. Das muss ja jetzt was mit dem Fischtruhen zu tun haben. Wie man hier weiß, ist es ein Ziel, dass es zu schnell und permanentlich übernehmen, mehr Fischt zu werden als deine Gegner zu machen. Heute ist die Fischtruhung. Woh-oh-oh! Woh-oh! 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 Woh! Woh-oh! 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 Schon haben wir Recht viele anzuschauen, ne? Woh! 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 Fast wie die alten Freitagabende vor Corona. Jetzt wissen wir es. Absolut. Okay, das ist der Stauwettbewerb. Das Einzige, wir können noch abchecken, was für die einen was für die anderen noch brauchen. Respektive für den zweiten dann. Ist das Mathe? I mean, I guess this is Algebra. I actually have no idea. I can feel all the warmth escaping up the chimney. It's an empty bucket. Ich weiß nicht so ganz warum, aber wird schon einen Grund haben, oder? Okay, der tropft jetzt halt Wasser rein, nach und nach. Ja, okay. I mean, I guess this is Algebra. I actually have no idea. Wenn wir schon früher irgendwas brauchen. Okay, das Essen. Ja, wir haben den falschen. Lass doch schauen, was passiert, oder? Vielleicht ist das jetzt irgendein Schwachsinn. Hoffentlich. Natürlich hat man das bis da oben. Jawoll. Floater. Okay, dann wird es also im Hinterzimmer sein, oder? Ja, da sind die hier, na genau, für den können wir noch schauen, was wir da noch brauchen. Wir da wissen noch gar nicht, was wir irgendwie dafür brauchen. Aber noch keiner Bock drauf sind, die drei Leute da. Und an dieser Seite der Challenger, Mr. Elaine Marley, a.k.a. Guybrush Threepwood, currently unemployed, and of no fixed address. If you will all come to order, the contest will begin. The first contestant to laugh is the loser. Have you heard the one about the guy who put an ice cube on a scurvy dog? He said it was chilly. Ha, ha, ha. Is that the best you've got? Okay, das haben wir wahrscheinlich noch nicht, oder? Ja. Can I call a time out? No. What do you call a parrot with one leg? Heard it. You might as well give up. I have heard every joke there is in this world. Contestants, the time limit has been reached. As neither of you has laughed, the contest is a draw. See ya. Hm, okay. See ya. We must also quasi irgendeinen ganz neuen Diktchen. Verstanden. Is there anything special about this stump? No. Why? Well, it was tagged, so I thought, you know, maybe there would be a great gag about a secret opening to a system of tunnels or something like that. Please, don't joke about tunnels next to the prison, sir. Very? Schade. Hi. Any chance I could get inside the quarry? Not many tried to get in here, just out. What's the purpose of your visit? I was hoping for a tour. We don't give tours here. The only people allowed inside are the prisoners. And also, I suppose, people visiting the prisoners, but no one ever does that. I'd like to visit a prisoner, please. We do have a visitation policy, but it's quite strict. Who are you here to see? Ah, Stan, of course. Stan. We do have a Stan. I'm a little surprised he'd have a visitor. Can you prove you know him? I can describe him. Loud jacket. Never stops moving his arms. Or his nose. That does sound like him, but I'm supposed to see some actual physical evidence. Just bring me something that shows you two have ever been in a room together. That way. I can tell my fa... ...my boss... ...that I did my job. Also, we can't do it yet, but we can show him the Köder. Atropos... Warte mal, these... Where are they? Where are they? They are in the room. Okay, you can't flip them. Because... What's that? You have our own face on the back. There is something on the back. Okay. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? Tja, was machen wir denn? Ja, der Ausflug. So. It was my first trip to Monkey Island. The crew were restless. And then, all of a sudden... And then, all of a sudden... We ran across a mermaid, stranded on a rock. The crew wanted to have her for dinner. I mistook what they meant. Fortunately, most people have no idea what mermaid tastes like. I helped her escape when night fell. We still ride from time to time. Listen, let me tell you something about anglers. By which you mean people who fish. Right. But if you are one, you'd say angler. I would? Every subculture has its own special language. Words with significance specific to that subculture. When you use them, you convey both meaning and membership. That sounds good. That's why authentic-sounding fish stories always have plenty of angler lingo. For example... I wouldn't tell people a big fish broke my string. I'd say I was jigging with a hard bait when a strike from Aloncar snapped my leader. That's both highly specific and difficult to understand. I know. Exactly the point. Want to give it a try? I might. Okay. No, as mama then. I was bait-casting dead stick from a crow's nest with a guggen called Flambe. And then, all of a sudden... Our ship was attacked by an immense kraken with 40 tentacles. Like the writhing fingers of the sea itself grasping to haul us down. It began to crack the ship apart like four drunken wedding guests fighting over the last oyster. I lit the hull with Flambe's head so it would burn under water, blinding as the sun and furious as the sea. The creature lit out like an old tar from a bar of soap. Of course, then we had to put out the fire. Yeah. That's the way. You almost sound like a real angler. Yes. Absolutely. That wants a keeper. Pack it in your krill and take it to the fish shop on melee. Was gezeichnet. Do not approach the gate, please, sir. Okay. Das heißt... The guard is guardedly guarding the guard house. Ja. Guarded. So, das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall... Wir können nach... Zurück nach Melee Island und können hier zumindest schon mal das abgeben. Ja. Und wir wollen dann unser Bild, was smutlich Elaine hat. Oder vielleicht... Was das vielleicht noch hier im... Haus ist? Can I borrow this book? One book at a time. I only trust you so far. Okay, schade. Stay out of my bedroom, Threepwood. Na ja, der Versuch was wert. Na ja, der Versuch was wert. Hm. Hinten war ein Jager. Hier war der Fischladen. Hello. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? And don't be nervous thinking it's a test to see whether you've mastered the art. Even though that's just what it is. It was my first trip to Monkey Island. The crew were restless. And then, all of a sudden... Our stringer took a strike from a smoker that turned out to be a mermaid. The crew wanted to have her for dinner. I mistook what they meant. Fortunately, the average salt can't tell the taste of mermaid from any grump you might find in your creel. I helped her escape when night fell. We still ride from time to time. Aye, the pieces are all there. But it's a bit flat, isn't it? Lacking descriptive power, as they say. Okay. Okay. That was then probably not yet, right? So we need a bit of Booms behind it. Yeah. But did he have to do something with us? Can I trade in my fish for some other ones? Talk to the grizzly gentleman at the counter about that, please. Yeah, it's my shift. Hm. Oh dear, fellow chum. Oh, we have to tell you something else. Have you had a story to share? And don't be nervous, thinking it's a test, if you have told them, even though... Der Pirate-Hunter Morgan LaFle had my first mate at swordpoint and then all of a sudden my ship was swallowed by a titanic alabaster whale with eyes like destiny and skin tattooed by a hundred harpoons inside it was like walking on soft cheese with rivers of peace soup that stank like a landlubbers bait box one false move and you'd be wearing jonah's overcoat a layer of greasy phlegm as thick as day old pancake batter dann stecken wie ein regenschirm kombi köder in das maul des tieres und holten es von innen ein okay jigg head in the beasties mouth and reeled it in from the inside that was a whopper of a story you've clearly learned all there is to learn i hereby declare you to be a chum grand master congratulations wow thank you that's a great honor achievement road to grandmaster man so schnell ging es noch nie grandmaster zu erreichen can i trade in my fish for some other ones always happy to take a trade in today we've got hagfish toadfish line head blotter and lump sucker what will it be so was braucht man blotter i'll put it on your tab thanks ich dachte tauscht uns umsonst ich habe wohl nicht wir werden hier beschissen so ich weiß nicht genau was das jetzt gebracht hat dass wir grandmasters sind aber gut es ist nicht so wie sie die place unlockt es ist nicht so wie sie die place unlockt es ist auch so wie ich habe Brimstone und Beardöl lechuk ist hier und das magische Glow auf dem schiff ist neu ich glaube das ist sein werk außer es ist kapitän lila ich weiß nicht was das Glow bedeutet aber ich glaube es bedeutet lechuk oder madison egal ob ich die schiffen finde ich die schiffen ich brauche viele schiffen um das zu öffnen nein schade okay die gute budu-frau ist weg ich weiß nicht genau warum aber mensch brudelt es jetzt so schön ne das heißt wir haben noch terror island da waren wir noch nicht das stimmt sieht schön aus hier ja top die nächsten umlauber dann werden wir ach dass man kann nicht alles mit dem messer lösen Aber das meiste. Ein Messer ist immer dein bester Freund, das weißt du doch. Es ist nicht einer der goldenen Schlüsse, aber irgendeine Schlüsse ist eine gute Schlüsse in meinem Buch. Für einen mittenen Schlüsse ist es ein bisschen zu lebendig. Nur ein mittenes Ende. Es klingt ein bisschen schrecklich, wenn du es zu viel denkst. Eine gute schleimige Grube. In all the worst places, there are mushrooms. In all the worst places, there are mushrooms. Können sie nicht mitnehmen. It's like a slow crashing wave of spores. I'm not sure I want to know what happened here. I'll be fine, as long as I don't lose my wits and keep my head. Mhm. Ah, Christian. It's looking at me funny, and I don't trust it. It's looking at me funny, and I don't trust it. Looks like another greedy pirate who met a sordid fate. Yeah. This place gives me the creeps. Looks like another greedy pirate who met a sordid fate. Yeah. This place gives me the creeps. Looks like another greedy pirate who met a sordid fate. Yeah. This place gives me the creeps. Looks like he had the wrong person watching his back. What really bothers me is, why do these pirates look familiar? What? That's a good question. That's a good question, that I can't answer. That's a skillet. That's a skillet. That's a good question. That's a good question. No. Uh, there's no such thing as a man-eating mushroom, right? Uh, there's no such thing as a man-eating mushroom, right? Ach, stell dich nicht so an. It's getting hard to tell the flora from the fauna. It's locked. Hm, verschreit einer. Muscle. I think the lock must be under that sign. It says XYZZY. I can't quite get it off of it. Siehst du? Messers haben immer eine Lösung. So langsam ist schon ein bisschen. Gut, jetzt brauchen wir halt die Lampe. Wie, mit irgendwas füllen? It's not lit, but it does have some lamp oil in it. Hm, hätten wir doch noch Streichhölzer. Okay, it's lit. XYZZY. Warum leuchtet das? Okay. Wow, neat. It's magic. Nützlich. Nicht. Okay, cool. It says, warning. You are about to enter a maze of twisty passages, mostly very similar. Ach, ein Rätsel. Deswegen. So, was wir jetzt einmal ganz kurz machen, das speichern, ne? So, wahrscheinlich brauchen wir jetzt hier irgendein, irgendeinem Info. Ja, das sind diese Symbole, die wir halt einfach... So. Looks like someone forgot to pick up their trash. Jeder Sonnenaufgang und Mondaufgang im Meer erinnert mich an dich. Diese beiden Kugeln, die am Winterhimmel tanzen, signierte er den Stift in der Hand. Okay. Ja, du meintest die... Ich glaube, das habe ich gesehen. Liegt er nochmal ab? Ja. Ah, okay. Aber wir müssen wahrscheinlich jetzt einfach try and error ein paar durchmachen, bis wir alle Notizen haben. Weil da wäre zum Beispiel der Stift. Oder ist auch der Stift. Okay. Ja, nochmal irgendwo. Den Stift, einen Drachen, eine Raute und... Okay, das sollte jetzt ein bisschen passen, oder? Ja, wir müssen jetzt vielleicht einfach nochmal rausfahrten. Dann nochmal frisch hier halt. Okay, die sind auf jeden Fall ähnlich. Ja, ich glaube auch, dass wir jetzt nochmal raus müssen. Also, ich denke, wir haben jetzt alle. Oder nochmal was von den Zeichen. Was ist das hier oben, ne? Ja, ich glaube auch, dass wir jetzt alle haben, dass wir jetzt nochmal raus müssen. Und dann müssen wir nur die Reihenfolge rauskriegen. Also, was haben wir jetzt hier, wir haben das Eurozeichen, den Dreizack, den Stift, den Drachen und die Musiknote. So, wenn ich mir das hier anschaue, gibt es nur das Eurozeichen. Ja. Dann gibt es hier den Dreizack und den Stift. Ja, dann müssen wir schauen, ob es eine Reihenfolge gibt. Also, ich meine, mit dem Euro fängt es offensichtlich an. Der Frühling. Okay. Frühling, Sommer, wo ist Sommer? Ah, der Dreizack. Der Dreizack. Dann... Herbst mit der Drache. Der Drache. Am Ende ist es die... Winter, der Stift und dann... Genau, ist es die Musiknote. Was ist das hier? Der Drache. Der Drache. Der Stift. Der Stift. Und dann die Hälte. Der Stift der Agonie liegt vor. Das ist... Promissend? Absolut. Das ist absolut Promissend. Okay. Hier geht's. Oh nein. Die Lampen geht raus. Ich hätte es gesehen, dass das kommt. Wasser, Feuer. Kein Glück, ein Match unter Wasser zu lassen. Tja. Tja. Haben wir ja auch. Das heißt, wir werden irgendwas machen müssen, um die hier... Wasser zu... Ja, wir wollen uns von Flambe. Wir müssen zum Ausdruck formen, Lützer. X, Y, Z, Z, Y. Ja, doch Feuer, das auch unter Wasser brennt. Ach stimmt, du meinst die... Mammbe. Faule Ausdruck. Gibt's jetzt keinen Schnellreisepunkt, schade. Ja, warum man das auch irgendwie so lang machen muss, der... Ja, mit Flambe ist gar nicht so die schlechte Idee. Ich werde das schnell machen. Ich weiß ja nur nicht... ...was wir ihm anbieten können. Er schläft eh. Was soll, du musst du halt einfach die Lampe hin? Ich bin sicher, er will nicht minden, wenn ich etwas Dädenfeier bekomme. Ja. Ja, warum auch nicht. Das ist so, wie es funktioniert. Ja, hey. So, warum nenne ich gleich so? Gib mir nur ganz kurz eine Minute, ich muss ganz schnell noch, äh, ganz kurz vorhin. Jo. Wir gehen derzeit den Creepy-Wald ab. Hm. Irgendwie nicht so viel Idle-Animation am Start. Echt, echt schade. Dann hatten wir ja zum Beispiel auf Miki Island auch in dem Wald, irgendwie, dass da irgendwie so ein paar Tiere rumrennen, ein paar Augen aufgehen. Und hier in dem super creepy Wald, einfach nix. Das ist ein bisschen schade. Und dieser unendlich lange Weg der Unendlichkeit, der hätte auch nicht sein müssen. Und ich bin gespannt, wenn da noch schreit, im Hintergrund. Auf wen wir da noch treffen. Auf wen? Untertitelung des ZDF, 2020 Zumindest so die Soundkulisse für mich stimmt hier für den Wald Wenn es die eilen Animationen schon nicht sind, dann ist wenigstens der Sound cool So, letzter Ja, tut mir leid, mein Kater hat ein bisschen mit Magenprobleme Da muss man ein bisschen was von Hand geben Dann schauen wir mal, was die Tiefen mit uns hier machen Da wird er hungrig Na komm, einmal noch mehr in die andere Richtung schauen Nicht, dass wir da was vergessen haben Du meinst diese Augen und Zähne, die uns da entgegenschauen Gut, dass wir Dämonenfeuer da haben, sonst würde es noch rausgehen Ach nein Der gute Herman Wie ist es dir ergangen, mein guter Freund? Herman kennt man aus dem ersten Teil Also man hat ihn im ersten Teil das erste Mal auf Monkey Island getroffen Und danach eigentlich immer wieder Okay Wir haben mehr oder weniger sein Schiff von Stan gekauft Und sind dann nach Monkey Island gesegnet, um es da zu versinken Uh Wie bist du denn? Meh Hast du in diese Kave sehr lange? Na, nicht in geologischen Bereichen Als ein Prozent der totalen Jahre der Existenz der Kave itself Es wäre ein kleinere Auf einer menschlichen Ebene, aber Ja Es all depends auf deine Perspektive Okay Ich bin für eine Goldene Kiste Es klingt wie etwas, das ich in einem Buch mal gesehen habe Bist du ein fiktional Charakter? Nicht, das ich mich bewusst bin Nein, nein, vollkommen realistisch Wie kommt man aus diesem Ort heraus? Wie kommt man aus diesem Ort raus? Normalerweise, du nicht Oh, das klingt gut Absolut Mach dir all diese seltsam schreien der Höhle anst Bist du mit all dem weirten Schreien in den Kavien? Oh, das bin ich Just a little light entertainment and well-being work Primal screaming is very therapeutic Try it Ah You're right Yeah, that feels good Absolut Kann ich was für dich tun? Can I get you anything? Out would be nice What are all these scribbles? Das ist ein goldener Schlüssel Ja Das ist ein goldener Schlüssel Vielleicht Es ist mein Du warst auch für die Schlüssel Das ist so, dass du hier getrunken hast Ist es? Ich glaube, das würde Sinn machen Let's make a deal for the key I'm pretty sure I wanted it for a reason But A decade or so in a dark cave Can do funny things to your memory So Get me out of here And then I'll let you Have the key Klingt fair Absolut How do I know I can trust you? I don't know How do I know I can trust you? I don't know How do I know I can trust you? I don't know How do I know I can trust you? I don't know How do I know I can trust you? I don't know How do I know I can trust you? wenn du mir die Schlüssel hast, dann werde ich dich aus der Kabe das klingt gut, als ich es erst zu fliegen, die Schlüssel danach es muss erst zu fliegen, dann zu fliegen es muss erst zu fliegen, dann zu fliegen ich habe die Schlüssel, ist für das größere Gut für das größere Gut von dir, sicherlich ja, okay gebt mir einfach den Schlüssel wenn sie sich gegen den alten Mann da durchsetzen können also, was will wir uns da rauskriegen ich schlaf erst mal ob wir das ganze aussitzen können Reginald unfurled the perfumed missive and slid his eye wohl nicht so, Herman uh, any ideas? I was hoping you'd have one so, Herman I'm sorry can I have my key back? no no na gut, ich hab's probiert x, y, z, z, y well, that wasn't so hard what happened to Mr. Toothrot? when? did you get him out of the cave? how'd you do it? that's not part of this story oh, okay na, mhm hey, ich hatte es aktiv versucht also, man kann mir nichts vorwerfen whatever it is, I don't think it wants me around in that sufficient sight threeport alive? how is that possible? someone saw him talking to an old crone on low street I confirmed it myself I'm more concerned about the chrome than threepwood who is she? just some old bag of bones don't worry about her I took care of her excellent she did have a key on her a big fancy gold one do you want it? no, no we don't need the keys we have a better way just put it where threepwood won't get it like where? I don't care use your imagination yes, captain now I have another task for you you'll need to pick up a few things from our ship on the way ok ok heist, we have now the 1st Schlüssel it's just not yet to be by by Stan hi hi how come the picture of us on your desk was torn in half? ah yes sorry you saw that there was an incident with a... seagull it flew away with you into the lime groves I looked but I couldn't find you I see ok what do you think of Stan Stanman as a marketing advisor? he's in jail but maybe he can look at the pamphlet anyway? that guy could sell fleece to a dog and probably would just what we need actually good idea you said a seagull carried away my half of the picture of us? it flew into the lime groves so far I haven't found it sorry love you you too no 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 the bird has a torn picture in its nest is that a picture of me? no no the bird has a torn picture in its nest no 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 that bird needs an attitude adjustment Das muss ich dir ein bisschen Zip geben. Hier! Fischi Fischi! Gut, dass wir die nicht nachher noch essen müssen. Was tun? Ah, ich liebe diesen Ort! Es ist wie eine 100-Foot-Candykane. Wir können es ja direkt versuchen, oder? Wir müssen den Schloss dafür. Mach ich doch. Also wir müssen den Schloss dafür. Ach so, stimmt. Du hast recht. Ah ja. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Beziehungsweise, können wir den hier mitnehmen? A bucket filled to the brim with rotten fishbone. Das ist eine richtig gute Idee. Das wird sehr spaßig werden. Was ist das? In der Vorbereitung, die Kuhnstern-Karribe der Odena IX. Die reignige Kuhn des Bermudas. Undisputz Harten-Kamppion. Undisputz Harten-Kamppion! Und in der Vorbereitung, alles los in Südam Karibbe. immer noch in der Nähe von all diesen originalen Teeth, der Neucomer, Guybrush Threepwood, a.k.a. Mr. Elaine Marley. Wenn du jetzt wählst, wählst du deinen ersten Fisch und ihn auf die Pfanne in front of dir. Es ist mit Bloters und Dämonpapier. Und jetzt... Das ist vielleicht ein bisschen süß. Oh, oh, oh. Well, it seems that both contestants are having some trouble. I declare this contest a draw. Contestants may now seek medical attention if they so desire. Okay. Wir wollen also irgendwas, dass wir Dämonpapier vertragen können. Kann sein. Dann hatte ich auch gedacht, wir können das ja quasi... Also, das wird ja nicht vorsorglich funktionieren. Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Vor allem, das wird ja auch sprudelig, wenn du da was nimmst. Na, mach mal erstmal das Bild mit Stan. Ich glaub, das ist jetzt immer noch am einfachsten. Ja. Okay. Mhm. Na, mhm. Das ist die Lösung. Ich bin mir quasi sicher. Wir küssen Stans Hand. Das ist doch okay. Ist das Dawn Stan? Hä? Was denkst du von diesem Bild von mir und meinem extrem lieben Freund stehen zusammen? Wir haben es in unserem lokalen Muskrack-Klub-Meeting. Du siehst wirklich nahe. Alles klar. Du kannst ihn in und sehen. Aber keine Escapes. Ich würde es nicht träumen. Du willst nicht direkt da sein, wenn ich das Gap öffne. Geh da neben seinem Stamm. Was einfach so runter fällt, oder? Wie genau die Stelle ausgespart wurde. Du weißt, wo Stan ist? Keep on walking. You'll find him. Seen Stan? He's in the back corner. You know Stan? Way in the back. Way in the back. You know Stan? He's in the back corner. You know where Stan is? He's in the back corner. Okay, hier kommen wir dann wohl wieder raus. You know Stan? Keep on walking. You'll find him. It looks like a secret escape tunnel. Hey Stan. Hi there son. Nice to see you. What are you in for? Piraterie. Man weiß wie lange. About five to ten. Minutes or hours. You don't have the look of a man doing any more than that. Nope, you have the look of a man who's going places. And who might want to decorate those places when he gets there. I want you to consider these two words. Ice. Sculpture. Separately, they're exciting. Strength. Elegance. Transparency. Together, they could- Stan? Yeah, I don't think so. Don't wait too long. There's seven like hotcakes. Did you know there's an escape tunnel over there? Oh no, son. I can't escape. Wouldn't be wise. I'm only in for a month after all. Got a copy of the judges order right here. Richterliche Anordnung. Bezirksgericht Bermuda. Richter Planke. Es wird hiermit angeordnet, dass der Angeklagte Smillen S. Stan Stansman zur Zwangsarbeit Eisbruch Bermuda verurteilt wird für die leider triviale Zeit von einem Monat. Mm-hmm. Yeah, I sure did get off light. Lucky for me, they never caught on to my pyramid scheme or I'd probably be doing ten years. Okay. Tell me more about that pyramid scheme you mentioned. Honestly, I don't know why the law makes such a big deal about it. It's just creative money management. Easy if you know what to do with the figures. I've got this accountant, Ned Filigree. He's a genius with that stuff. If they ever saw his records, well, let's just say the first thing I'm doing when I get out is go burn all that paperwork. Okay. Man, he hackt nach dem Garnislauf. Super. Okay. Good for you, kid. Closing time comes too soon for us all. You gotta try all the snacks you can before it does. Okay. What was the name of your accountant again? Ned Filigree. He's good. And he works cheap. Be careful though. He's got a hang up about meticulous record keeping that can be problematic if anyone look at it. He looks too close. Okay. This place is sure quiet. That's what productivity sounds like. Okay. I think I'll poke around a little bit. You enjoy yourself, son. He's a secret tunnel to the ice quarry. He looks like a prisoner escaped. Probably through that tunnel. Okay, but we can't do it. No. Okay, but we can't do it. No. Okay. I feel your pain, son. I had a similar problem selling life preservers in the farming community. Sometimes people don't know what they want even when they want it. You got any promotional materials? Elaine made this pamphlet. Hmm. Hmm. I see the problem. It's wrong from top to bottom. You couldn't sell water to fish with this blather. It's a little dry. It's got facts in it. Worse than that, scientific facts. I'll need to meet with her to iron this out. Can't you just tell me what to do and I'll tell her? No, no. That won't do. Things get lost in translation. A whinny isn't a whinny if it doesn't come out of a horse's mouth. No shade on you, son, but you're not a pro. You wouldn't be able to convey the nuance that's needed here. She and I have got to have a meeting of the minds. And minds have got to meet face to face. I'll let her know. I have absolute right. I think I'll poke around a little. You enjoy yourself, son. What? That means we have to ask him for that he'll flee. We won't. Hold it. Are you sure you weren't followed? We're safe. No one is ever a hundred percent safe. You wouldn't happen to have any business records pertaining to one Stan S. Stanman, would you? What? Who told you that? I can't confirm that. I will neither confirm nor deny possession of any incriminating, I mean, I mean it doesn't matter anyway. Stan is serving a lengthy sentence. There's no need for any more evidence against him. Simply no need. You can confirm that you deny possession of Stan's records. What? Yes. I mean no. I confirm nothing. What difference does it make? Stan is already serving a lengthy sentence. There's no need for any more evidence against him. We must only say that you're bordered. Oh. I'm going to explore the island a little bit. Holler, if you find anything interesting. Yeah. I think you might be interested in this judicial order in the case against Stan S. Stanman. What's this? Only a month? Oh no! And all your paperwork. Take these records! Get them to the courthouse on Bermuda. They'll know what to do with them. It's very damaging stuff. Stan will give 10 years to a minute. I'll take care of it myself, but I've got to pack for witness protection. Oh goodness! Oh goodness! Oh goodness! Can I have the picture? Not now. I'm packing! Okay. Danach dann quasi. Genau. Das wird liegen gelassen. Bermuda. Bermuda. So. Ab ins Gerichtsgebäude. I'll take direct the Aktenkofer in the Ohren. There is a lot of junk in here, but I think I see the evidence that will lock Stan up for a long, long time. Okay. Your Honor, I submit this satchel bursting with incriminating financial documents as Exhibit A in everyone V's Stan. The evidence is so entered. The court requires that Ned Filigree swear an affidavit if said evidence is to be accepted. Ich kann fluchen wie ein Seemann, falls das hilft. Ja, das soll er mal sagen. Okay, das war es wohl dann nicht, ne? Äh, ich erkläre ich mit's. Schade. Ja, dann müssen wir schnell nochmal hinfahren und ihm das sagen, dass er dann mit uns mitkommt. Hoffe ich doch. Wobei ich mal sagen muss, warum musst du jetzt so viel Backtracking machen. Wierde, diese Isle ist jetzt noch kleiner, jetzt dass es niemand hier gibt. Tja, dann wohl nicht, ne? Ja. Und dann haben wir wohl ein kleines Problem. Ja, für... Ich kann es ja mal ausprobieren, ihm einfach das Bild zu zeigen. Wenn er sagt, er will hier eine heiligstattliche Aussage haben, aber hey. Vielleicht reicht dir ja ein Bild als Beweis. Dann müssen wir Ned erst mal wieder finden. Ja, wohl nicht. Na gut, dann nicht. Okay, das wird wahrscheinlich Info sein. Wir haben eine valide Accountinglicense auf 26 Isländer, including the District of Columbia. Ordre, Ordre in the Court. The Court has previously recognized Nets depth of knowledge in accounting. Okay, das nimmt er schon an. Also müssen wir es jetzt nicht erst mal wieder finden. Vermutlich. Wenn er in einem Zeugenschutzprogramm ist. Wird er wahrscheinlich irgendwo hier auf Milialin sein, oder? Hm. Somehow, I don't think he's doing fine. Wally? What happened here? Wally's shop has been ransacked. This is all that's left of Wally's standard-sized maps, globe, odd-sized maps, and boxes of other maps. Ja? Who could have done this? I guess the Chuck. Obviously. Wally, can you hear me? Are you okay? I guess he's not here. And he's probably not okay. These maps were Wally's life's work. At least I ask. Well, they left behind the solid gold compass rose. This was no standard plundering. Could I do it? Oh, sorry. Okay, I mean... Who could have done this? Wie, wenn es einfach so... Ding drauf gemalt hat. Einfach so ein Strichmännchen. Tja. Property foreclosed by order of Madison enterprises. Not done with my drink. Das ist die große Frage, wo könnte er sein, ne? Ja, ich bin jetzt endlich besorgt. Ah, ich könnte mir was vorstellen. Die Alte ist doch doch do. Da werden wir doch bembruselt. Bist du okay? Are you okay? Okay. Ja, gut, den Rest haben wir alle schon mal gehört, ne? Ich gehe davon aus, ihn verkaufen wir jetzt einfach als... Okay, das haben wir schon... Ich habe gedacht, dass wir ihn jetzt einfach dementsprechend hier... zu dem da machen können. Nein, wohl auch nicht. Schade. Okay. Any writing that was once here has been rubbed away. Aber hier kriegen wir auch nichts runter, oder? Mit der Zahnbürste vielleicht? Wohl auch nicht. Hm, es sagt, Jail-Riefe. 1. No escaping. 2. No earth. Any writing that was once here has been rubbed away. Wow, ein Erdbeben. Bei der Zahnbürste können wir jetzt den Stan geben. Aber was will er damit? Okay, was haben wir hier noch? Ja, warum schaue ich mir die Bank da an? Also ich hätte mir halt vorstellen können, dass wir ihn jetzt einfach ausgeben als Stan sein... Sein... Museum... Wollen wir auch nicht weiter, oder? Aber dieses neumodische Schloss da... Genau. Was hier ist dann auch wichtig. Ähm... Aus Sichtpunkte, wo der alte Mann sitzt. Der alte, alte Mann. Ja, der dürfte jetzt nicht mehr da sein. Aber das hat sonst nichts. Ja, ich glaube, das ist auch nur eine Hommage an die ersten Teile. Oder an den allerersten Teil, wo du hier gestartet bist. Ich glaube, halt für die echte Flagge, die kriegen wir halt bei den einen wahrscheinlich, die Skorbut-Brüder da. Na, hat er nicht gesagt, es gibt drei Teile. Einen hat er, einer ist bei den Skorbut-Brüdern. Und eine... Keine Ahnung, wo. Aber das ist... Hier hat sich ja nichts geändert. Tell me again about the Hook. That once belonged to the dread pirate... Ja, das wissen wir. Nein, ich drücke immer den falschen Tasten. Der gute Meat-Hook. Der zwei Hakenhände hatte. Was ist die einzige Info, die ich jetzt momentan noch hätte, die wir hier rausnehmen können? Wegen dem Getränk von ihr. I'm closer than ever to fight. I'm not any closer. What are you drinking? Soda with a twist of avocado. It might be a little fizzy for your Grog-Palettes. Was? Soda mit avocado? Und wenn wir es jetzt trinken, bringt es aber auch nichts, oder? Ne, wir fangen dann irgendwann an zu... zu rülpsen. Und wenn es nicht funktioniert, wird es nicht funktioniert. Wenn wir alle kommen... Was heißt ein Pirate mit 12 Swords? Whatever he wants you to. Huh. Ich dachte, das ist sarkastisch. Das ist, dass sich so einen ablacht. Ich kann das leider auch nicht abbrechen. Ja, ja. Das ist gross. Sieht aus wie eine alte Avocado-Soup. Was ist die Unterschiede zwischen einem Swabby und einer Mutter? Aber ich finde tatsächlich die Idee gut. Mit diesem Avocado-Getränk. Ja, dass ihr dann ins Gesicht rölbst und sie dann ins Gesicht verzieht. Ja. Erfüllt halt auch... Ich habe schon jeden Witz gehört. Ja, ist egal. Du hast den EF, das hier. Ja. Wer macht die eigentlich? Sie sind ja ständig da. Keine Ahnung. Und der Koch heult sich an die Seele aus dem Leib. Also ich glaube nicht, dass es der ist. Ja, wir haben es verstanden. Ich bin der Löse. Warum sind keine Pläne über Blizzards lustig? Weil es ist eine schnee-schörende Sache. Ist das das Beste, das du hast? Ich bin jetzt ein bisschen zu beschäftigt, das zu tun. Okay. Muss man es vorher machen? Sieht fast so aus, aber macht für mich dann keinen Sinn. Dann erzähl jetzt halt einfach schnell einen Witz. Vielleicht geht's noch. Sie sagt immer, heard it. Äh, wem? Aber lasst... Warum das noch geht, wenn wir da jetzt schnell wieder auf sind? Und ist noch gut? Nope. Okay, warum... Warum hat man da das Gefühl, zwei Sekunden Zeit hierfür? Ach, das kennt man noch so aus... äh, aus dem ersten Monkey Island-Teil, wo du mit... ... im Grock das Tor auch machen musstest. Okay. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das das ist. Ich kann's mir einfach nur vorstellen. Ja, ey, lass das ausprobieren, weil... Es passt halt einfach zu dem, wir haben keinen Witz. Und jetzt trinken. Und dann klicken. Hm, das war ruflich. Wenn ihr alle kommen, wird der Contest beginnt. Der erste Contestant, der zu schlafen, ist der Löse. Aber wahrscheinlich brauchen wir noch irgendwas anderes. Warum sind die Blizards lustig? Weil es ist keine schreckliche Sache. Ist das das Beste, was du hast? Es ist leer. Ah, blöde. Ich habe sie mit Demonspepper gesammelt. Ich bin sicher, dass es genug sind. Ich hab' dir einen Lachen erzählt, aber... ... ich kann's nicht über einen guten. Schade. Schade. Das war gerade mein Gedanke gewesen. Leute, einfach bedrohen. Lach jetzt. Naja, ich meine, es gibt nichts, was mir besser nicht helfen kann. Können wir vielleicht die Dinge anziehen? Nein, schade. Meine Hinweise wollen wir nicht. Nein. Eine Kugel schlägt in eine Bar mit einem Piraten auf ihrem Bein. Ich habe das gehört. Du könntest gerne aufzuhören. Ich habe alle Schöne gehört, die es in diesem Welt gibt. Komponenten? Die Zeitlinie hat sich erreicht. Als niemand von euch lacht. Die Contest ist etwas anderes. Bis zum nächsten Mal. Tja, aber auch mit Anblick auf die Zeit würde ich sagen, an der Stelle würde ich wahrscheinlich für heute bei diesem Spiel den Break reinsetzen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt hier noch diese drei Quests, die wir lösen müssen. Und, ja, dann die jeweiligen anderen Schlüsseln besorgen. Ähm, aber ich denke, wir sind ein gutes Stück vorangekommen heute. Ja. Und, ja. Dann werden wir hier nächste Woche weitermachen und hoffentlich dann auch die nächsten Schlüssel bekommen und hier auch zum König dieses Eislandes werden. König hier. Ja. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, es würde uns freuen, wenn ihr auf jeden Fall nächste Woche wieder einschalten würdet. Ansonsten, die Videos, falls ihr etwas verpasst habt, findet ihr natürlich auf YouTube. Wir laden alles hoch. Wir werden da auch nochmal eine Playlist erstellen, dass ihr da auch in Ruhe durchschauen könnt, wenn ihr wollt. Und, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause und dann werden wir uns nachher wahrscheinlich nochmal sehen. In dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.